Hier, das muss vorher alles da sein, damit ich so ein Windrad aufstellen darf. Das hier ist die To-Do-Liste des Landes Baden-Württemberg. Da stehen dann so Sachen drauf, wie hier, mein Bestauf, Äh, Angaben zur Auswirkung auf das Erscheinungsbild von Kulturdenkmalen. Oder hier, Antrag auf Waldumwandlung bezogen auf den Anlagenstandort. Oder hier, auch ein Liebling von mir, Schattenwurfprognose. Oder hier, Äh, Angaben zur optisch bedrängenden Wirkung, was für mich nach Bodyshaming für Windräder klingt. Angaben zur optisch bedrängenden Wirkung, oh, das Ding da, das ist so nah. Da müssen wir erst mal gucken, ob mich das bedrängt. Wisst ihr, wie Leute aus der Stadt das nennen, wenn man etwas Unschönes vor der Nase hat? Stadt.